Hallo, ich bin die Nicole. Und ich bin die Aicha. Wir machen heute eine Challenge. Schaut mal, wir haben hier Gel. Und Slime. Ich habe hier eine Schachtel mit Spielsachen drin. Die kommen in den Slime. Dann verbinden wir Aicha die Augen und sie muss erfüllen, was das für Spielsachen sind. Aicha, jetzt geht's los. Das ist alles so glitzig. Ja, das sieht auch witzig aus. Was ist das? Aicha, ich gebe dir einen kleinen Hinweis. Das ist etwas, das im Wasser zu finden ist. Hm. Ist das ein Boot? Ja. Wie das aussieht. Aicha hat noch was gefunden. Ich glaube, ich weiß das. Was ist das? Ich bin mir nicht so sicher. Ist das ein Kampf? Ja. Das ging aber schnell. Oh, ist der glitschig. Ähm. Mh. Ist, ähm, warte, äh, was ist das? Ist das ein Topf vielleicht? Fast! Ähm. Mh. Ein anderes Wort für Topf? Ähm. Ich weiß es nicht. Ähm. Hey, ist das eine Pfanne? Ja. Kliber, kliber. Okay. Okay, weiter. Ähm, wo sind die Spürzeuge? Mh. Ach, hier hab ich jetzt. Ha, 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 ha. Schlutscht. Das ist ein bisschen schwieriger jetzt. Benutzt man das beim Kuchen machen? Ja, auch. Ähm, ich kann das gar nicht festhalten. Ist das eine Teigrolle? Richtig, Aicha. Richtig, Aicha. Du bist echt gut. Ah. Ist das eine Sauerei? Okay. Okay. Das nächste. Das ist leicht, oder? Ich denke schon. Ich denke schon. Richtig. Ein Arm reif. Haha. Ich nehm ihn mal. Ähm. Aicha. Ein Spielzeug ist noch drin. Oh. Hm. Wo ist das Spielzeug? Ach, hier hab ich es. Oh. Das ist schwierig. Ich bin gespannt, ob Aicha das weiß. Ähm. Das, ich glaub das ist so eine Figur, aber ich bin mir nicht sicher. Ja, es ist eine Figur. Es ist ein Superheld. Ich geb dir noch einen Tipp. Er ist blau. Ähm. Und der gehört zu einem Team, wo noch zwei andere Superhelden dabei sind. Ah, warte, ich weiß es aber, warte. Ähm. Ist das Gecko? Nein. Dann ist es Catboy. Richtig. Du hast alle Spielzeuge gefunden. Jetzt bist du dran. Alles klar. Jetzt bist du dran. Alles klar. Oh, was ist das denn für glibberiges Zeug? Oh, ich glaub ich hab was. Warte mal. Fühlt sich wirklich witzig an. Was ist das? Was ist das denn? Ich würde sagen, ein Stuhl, aber da sind ja nur zwei Beine. Oh je, hab ich es jetzt kaputt gemacht? Habe ich es kaputt gemacht, Aicha? Oh nein. Jetzt, oh je. Jetzt weiß ich gar nicht mehr, was das ist. Das war eigentlich richtig. Ja, und wo sind die anderen hier Beine? Die anderen Beine? Sie sind hier eh nur verloren gegangen. Ach so. Oh, okay, warte, ich such die mal. Oder weißt du was? Ich such die später. Ja. Hier, liebe das mal, Aicha. Ich liebe ihn. Hab ich auch noch das Spielzeug kaputt gemacht. Ah, ich hab was. Was ist das denn? Ah, ne Brille. Stimmt's? Ja. Das ist das Schwierigste. Ach, ich hab was. Ach, Jemini, was ist das denn? Das ist das Schwierigste. Ach, Jemini, ich hab... Ich hab keine Ahnung, was das sein soll. Hierum gehört das denn überhaupt so? Nein, andersrum. So? Ja. Okay. Das ist wirklich schwierig. Gib mir mal ein Team ein, Aicha. Hm. Ist das ein Eis? Nein. Die Waffel hier, die Waffel und das die Eiskugel? Kann man das essen? Nein? Das gehört zu Barbie. Ah, Barbie-Spielzeug. Ja. Hm, das riecht immer viel. Das riecht nicht gut. Parfüm? Nein. Ah, sind das hier Blumen? So kleine Blümchen? Dann ist das eine Blumenvase. Ja. Mit Blumen drin. Ah, das war wirklich schwierig. Du bist echt gemein. Hier, nimm mal, Aicha. Aicha hat alle Spielzeuge erkannt. Ich hoffe, dass ich das auch schaffe. Ah, ich hab was. Ach Gott, Kleber, Kleber. Was soll das denn sein? Das ist was Leichtes. Was Leichtes? Das hat hier ein Loch. Was kann man denn da reinstecken? Und was soll das hier sein? Dreieck. Ah. Ah, ich glaub, ich weiß es. Das ist der Kopf? Ja. Ja, das Schwänzchen. Das ist eine Ente. Ja. Ja. Richtig. Zum Glück war es diesmal einfacher. Aicha, wie viel Spielzeuge muss ich denn noch finden? Noch zwei. Noch zwei, alles klar. Ah, ich hab was. Ich hab was, ich hab was. Ah. Arme. Beine. Ups. Ein Kopf. Ein Püppchen, oder? Ja. Vielleicht von den Shopkins eins. Shopkins-Püppchen? Nein. Piniepon? Nein. Es sind auch viele Püppchen. Das ist neu rausgekommen. Ah, lol. Toll. Ja. Ah. Ah. Fühlt sich gut an. Ha. Tada. Ich glaub, das sind die Beine vom Stuhl. Ja. Ich hoffe, das kann man wieder reparieren. Hoffentlich hab ich den Stuhl nicht kaputt gemacht. Das kann man schon reparieren. Ich glaub, ich hab was. Ah. Ich glaub, ich hab das schon mal gehört. In einem Video mit dir und mit Rose. Das ist eine Rasse. Jaaa. Ah. Aica, du musst mir auf jeden Fall ein Tuch geben, damit ich hier mal das glibberige und auch ein saueres Zeug wegbekomme. Hier. Dankeschön. Aica, das hat wirklich Spaß gemacht. Aica, lass uns schon bald wieder eine Challenge machen. Ja. Was für Challenge sollen wir machen? Schreib uns in die Kommentare. Tschüss. Tschüss. Hallo, ich bin die Nicole. Und ich bin die Aitja. Heute machen wir wieder eine Challenge. Und hier haben wir ein Puzzle. Das brauchen wir dafür. Das ist aber einfach, Nicole. Ich weiß, aber wir werden es erschweren. Denn wir setzen eine Maske auf. Mal schauen, wer das Puzzle schneller macht. Ja, genau. Und für den Vernierer gibt es eine kleine Strafe. Der Gewinner darf den anderen schminken. Lass uns ausknobeln, wer anfangen darf. Schnick, schnack, schnuck. Schnick, schnack, schnuck. Ich habe gewonnen. Ich darf anfangen. So, Aitja. Hier vor dir liegen die Teile. Und jetzt geht es gleich los. Los. Das Erste. Ah, sie hat schon wieder einen. Oh mein Gott. Ist das recht gut. Oh, ich habe es nicht gefunden. Eine halbe Minute ist es jetzt. Oh nein. Das hat fast gepasst. Ich gebe dir eine kleine Hilfe. Ich drehe es um. So muss es rein. Danke. Zwei Stück hast du noch. Jetzt ist es fast eine Minute. Eins noch. Stopp. Eine Minute und vier Sekunden. Oh, das ist aber schlecht. Jetzt bin ich dran. Ich habe eine Minute und vier Sekunden gebraucht. Ich hoffe, Nicole macht es nicht schneller. Ich muss es. So ist es, hat es angefangen. Das ist gar nicht so einfach. Alter, warum lachst du? Ah, ich habe es. Nummer zwei. Hey, das könnte ja gar nicht so sein. Ja. Ah. Das sieht so einfach aus, aber jetzt merke ich, dass... Es ist fast eine Minute. Jetzt ist es eine Minute. Oh nein. Moment, Moment, Moment. Ah. Ich habe es gleich. Ich habe es gleich. Ich habe es gleich. Ich habe es gleich. Oh. Was ist denn? Ähm. Wie lange brauche ich gerade schon? Es ist schon eine Minute und 33 Sekunden. Oh nein. Ich habe über. Soll ich schon stoppen? Ja. Ich habe gewonnen. Ich darf dich schminken. Ja. Mach die Augen zu. Ich sehe. Du schminkst mich da oben? Oh je. Oh, ich ahne nichts Gutes. Altscha. Was ist es gemacht? Altscha, was machst du nur? Oh nein. Das war richtig schöne Abend. Oh nee, meine. Oh nee, meine. Oh nee, meine. Fertig? Noch nichts. Unmöglich. Oh, ich bin gespannt. Altscha. Na warte. Na warte. So, jetzt sind deine Augen dran. Ah, Lidschatten? Ja. Okay. Die Farbe steht dir. Aha. Ich bin echt gespannt, wie ich aussehe. Oh, ich hoffe, dass ich die nächste Runde gewinne. Na warte, Lidschatten. Na warte, Lidschatten. Das reicht. Ich brauche einen Spiegel. Ah! Oh Gott! Eitschatten. Oh je, Mine, wie sehe ich denn aus? Das darf ja wohl nicht wahr sein. Na warte. In der zweiten Runde benutzen wir dieses Puzzle. Und wer darf anfangen? Schnick, schnack, schnuck. Schnick, schnack, schnuck. Ah! Schon wieder du. Ich darf wieder anfangen. Ich sehe Eitschatten. Ich hoffe nicht, dass du gewinnst. So Eitschatten. Hier sind alle Teile. Und da ist das Puzzle. Moment. Weil dieses Puzzle so viele Teile hat, musst du nur zwei Teile an den richtigen Platz setzen. Okay, das schaffe ich's locker. Los geht's! Oh nein! Das ist gar nicht so einfach. Ich geh einfach nochmal. Okay. Lass uns schauen. 30 Sekunden, das lang. Eine Minute. Oh nein! Ah, versuch doch mal ein anderes Teil, vielleicht klappt es dann besser. Das ist ein Schaf. Ah, ja, ich bin fertig! Eine Stunde, wollte ich schon sagen. Schlecht war es auch nicht. Ja, schlecht war es nicht. Eine Minute, 32 Sekunden. Aber das ist auch schwieriger, wie das andere Puzzle, ne? Ja. So. Jetzt bist du dran? Ja. Und ich gewinne diesmal. So. Du kannst jetzt anfangen. So. 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 Mal überlegen. Mach die Augen zu. Ich hab Angst. Tja. Jetzt zahl ich dir das heim. Nein. Doch, doch. So. So viel hab ich jetzt auch nichts. So. Ich nehme. Warte mal. Das hier. Okay. Bist du soweit? Nein. 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 Doch, doch. Guck in den Spiegel. Nein. Danke. Wie du mir, so ich dir. Fettes Muttermal. Schöne Lippen habe ich. Hm. Das hat Spaß gemacht. Ja. Habt ihr eine Idee für eine andere Challenge? Schreib es in die Kommentare. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.